Vor drei Monaten habe ich in meinem Vorgarten Rasen gemäht. Dann kam der Postbote mit einem Brief von der Army. Und jetzt bin ich hier. Und ich habe keine Ahnung, wohin ich das führen werde. Was ist hier passiert? Auf manche Fragen will man keine Antworten. Beuys, finde raus, was die da unten treiben. Was ist das? Sie experimentieren mit Menschen. Das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen sie retten. Feuer! Was ist das? Ein tausendjähriges Reich verlangt nach tausendjährigen Soldaten. Was hast du mit mir gemacht? Was ist hinter dieser Moor? Was macht ihr mit diesem Menschen? Ihnen wurde eine Bestimmung geschenkt. Oh, okay. Ist es... Sie wusste es? ocuraprèssend Ah, was chính das? R. votiert